Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagged Lines 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich habe seit der letzten Folge ein bisschen Munition und First Aid Kits hier auf meinen Leuten aufgefüllt. Und ich bin bereit. Ich bin bereit für den Sturm auf die Mine in Grum. Ich habe alles zusammengezogen, was irgendwie Rang und Namen hat. Außer vielleicht Scream, der sich halt mit Links Aid nicht verträgt. Und den hier in diesem Sektor abgestellt. Da gammelt er jetzt so ein bisschen vor sich hin. Und es geht direkt los. Ausgeschlafen bin ich schon. Ich habe in der letzten Folge Waffen oben verkauft. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Milizen hole ich mir mal nicht dazu. Sonst werden die nur alle wieder abgeschlaftet. Wäre vielleicht ganz gut, um ein bisschen das Feuer auf sich zu ziehen. Aber muss auch nicht unbedingt sein. So und jetzt. Also dieser ganze Bereich hier oben. war letztes Mal, als ich versucht habe, diesen Sektor hier einzunehmen, die absolute Todesfalle. Das war vollkommen dumm, hier irgendwie hinzugehen. Ähm, das heißt, ich werde hier unten in dieser Ecke starten. Und zwar mit allen meinen Söldnern. Und werde hoffen, dass ich in irgendeiner Form, ich starte mal mit einem Team da und mit einem Team da. Und dann werde ich mich ein bisschen verteilen hier über diese, über diesen ganzen, über diese ganze Geschichte. Und hier sind schon richtig gut Feinde am Start. Aber das Erste, was ich gerne tun würde, ist ein bisschen hier entbruckeln. Und das geht immer noch nicht gerade. Ähm, so. Und hier ist halt auch das Problem, dass hier ein großer Teil der Sektors, also quasi hier mit dieser, mit diesem Berg abgeschlossen ist. Und das erhöht natürlich die Feindkonzentration in den Gebieten, die tatsächlich zugänglich sind. So, wie sieht's hier aus? Ähm, wir werden momentan nicht gesehen. Aber das kann sich schnell ändern, wenn sich einer von den Jungs hier umdreht. Ähm, dennoch, das Erste, was ich gerne machen würde, wie sieht's denn bei Max momentan aus? Ja, der sitzt leider hinterm Stein da, der Feind. Ähm. Ich glaube, es macht wenig Sinn hier. Doch ich könnte eventuell versuchen, hier noch ein bisschen rumzuschleichen. Zumindest mit dem unteren Team hier. Die anderen sind, glaube ich, ein bisschen zu nah dran an den ganzen Feinden. Die werden das auch definitiv mitbekommen. Ähm, also ich kann mit Max mich hier hinter den Stein stellen und kann dann die Waffe auf den Stein auflegen. Und dann sollte ich damit auch mit dem Zweibein dann halt relativ gut zielen können. So, ich werde erstmal... Also ich muss definitiv hier in diese Richtung, ähm, decken. In irgendeiner Form. Und das werde ich mit einem Maddorf machen. Ähm, ich brauche wahrscheinlich hier erstmal keinen Spotter. Denn dafür ist mir die Feindkonzentration hier einfach zu hoch, um da irgendwelche Kinkerlitzchen zu machen. Ähm, das heißt also, ich werde mir Aira hernehmen. Und... Ach, scheiße, die geht jetzt natürlich. Und werde hier hinter den Stein schleifen. Ähm, dann werde ich Dimitri mir hernehmen. Und Dimitri wird auch in diese Richtung hier Deckung geben. Ähm, Elroy ist, ähm, gerade noch getarnt. Der wird einfach nur runtergehen, wird schon mal das Schleichen anfangen. Ähm, Henning wird auch schleichen und wird sich hier am besten hinter den Baum stellen. Kann er herannahende Gegner eventuell direkt unter Feuer nehmen. Was hat denn der hier überhaupt in seinem Millcore eine Stungranate als allererstes? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der nimmt schon mal das Ding in die Hand, kann er gleich in der nächsten Runde, falls dann irgendwie ein Feind sich hier annähert, kann er anfangen mit dem Teil zu feuern. Ähm, Max wird hier hinten hinrennen. Und jetzt wird sich herausstellen, ob man die Waffe hier auf den Stein gleich anlegen kann. Ähm, Elroy bewegt sich erstmal gar nicht. Der hat noch ein relativ niedriges Level auch. Ähm, das heißt, mit jedem niedrigleveligen Söldner und, ähm, mit geringer, ähm, Geschicklichkeit und sowas. Ja, der hat relativ hohe Geschicklichkeit. Und Agilität zählt auch noch mit rein, glaube ich. Ähm, mit dem ich mich hier bewege, auch schleichend gehe ich ein Risiko ein, dass ich von einem von diesen hier gehört werde. Und mein ganzes Spielchen hier unten auffliegt. Und das wäre natürlich fatal. Ähm, ich werde in dieser Runde, ähm, werde ich pokern. Und ich werde pokern darauf, dass von diesen Feinden, die ich hier sehe, sich momentan, in dieser, in der nächsten Runde keiner umdreht. Ähm, wenn sich einer umdreht, dann bin ich Moose. Wenn sich keiner umdreht, dann habe ich in der nächsten Runde, dadurch, dass ich mein erstes Team hier in Position gebracht habe, ähm, eine wesentlich bessere, eine wesentlich günstigere Startposition. Und, äh, das werde ich jetzt sehen. Er hat also so eine kleine Pirouette gemacht. Aber ich bin in einer, ihr seht es, ich bin in einer wesentlich besseren Position jetzt. Ähm, sogar noch besser, als ich gedacht habe, weil diese Leute sich ein bisschen von mir entfernt haben. Äh, Grizzly sollte, ne, der hat leider eine Rauchgranate hier in dem Teil. Ähm, der sollte mal eine HE-Granate hier reinladen. Und da passt leider jetzt die Granate nirgendwo mehr in seinen Rucksack. Da muss er die erstmal droppen, leider. Und jetzt hat er leider nicht mehr genug AP, um das Teil auch abzufeuern. Sonst würde ich sagen, hier, die beiden Schwarzhemden direkt gib ihm. Äh, aber das geht nun leider nicht. Also, der hier ist für mich erstmal eine große Gefahr und der ist für mich eine große Gefahr. Ähm, der natürlich auch. Ich werde mal gucken. Oh, der ist auf 4,8% Vergrößerung nur. Ähm, wenn ich hier die Waffe anlege, dann liegt die Waffe nicht auf dem Stein auf. Das ist nicht gut. Und das heißt, ich treffe damit überhaupt nicht. Ich treffe damit kein Scheunentor. Ja, ähm, Versuch war es wert. Ähm, dann muss ich hier jetzt auch nicht mehr schleichen. Denn, äh, das Ding ist genügend laut, dass meine Position jetzt hier aufgeflogen ist. Aira wirft den Salvenfeuer-Modus an. Hat mit dem Reflexvisier 47 AP, um relativ genau zu treffen. Ich guck mal, was das, was das ACOG macht. Aber das ACOG ist wesentlich genauer. Äh, für 47 AP wäre es ungenauer, aber ich kann mehr AP investieren. Leider nur einmal getroffen. Das reicht eigentlich für ein Schwarzhemd noch lange nicht. Ähm, Madog habe ich hier noch. Der sollte ja eigentlich hier in diese Richtung... Oh, der kann auf den schießen. Ähm, aber Madog ist halt ein sehr schlechter Schütze. Äh, ich bezweifle, dass der hier irgendwas trifft. Und vor allen Dingen Aira steht direkt daneben. Das ist also wahrscheinlich nicht die beste Idee. Ich werde mich hier hinlegen. Ähm, werde die Waffe in diese Richtung anlegen. Und dann werde ich mal gucken, ob einer von da kommt. Äh, auf Dimitri werde ich dann stattdessen mich hier in diese Richtung schon mal drehen. Äh, dann kann er den Feind auch sehen. Und an der Waffe müsste eigentlich ein Griff dran sein. Ja, da ist ein Griff dran. Ähm, Dimitri wird den kaum treffen können jetzt aus dieser Position. Aber er kann zumindest schon mal ein, zwei Schüsse abgeben. Oh, Dimitri ist richtig abgegangen. Und das war auch gar kein Schwarzhemd, wie ich vermutet hatte. Das war ein, ähm, getarntes Rothemd. So, Elroy wird momentan nicht gesehen. Und das heißt, ich glaube, wenn der versucht, hier noch ein paar Schüsse rauszuhauen, ähm, dann könnte der sogar nicht enttarnt werden. Andererseits, ich bin hier sowieso direkt in einer offenen Konfrontation. Ähm, das heißt, wenn der jetzt enttarnt wird, dann ist es nicht ganz so schlimm. Äh, der könnte vielleicht mal seine Waffe runternehmen. Ja, jetzt... Genau, äh, damit, falls dieser hier sich umdreht, ich weiß nicht, ob das zählt, aber damit der nicht sieht, dass Elroy seine Waffe auf ihn angelegt hat, wenn er sich umdreht. Äh, so, weiter geht's. Ready! Mit diesen Leuten, der hier muss definitiv weg, der ist viel zu nah dran und viel zu gefährlich für mich. Äh, und Wolf sitzt hier schon relativ gut hinter Deckung für diese Richtung. Das heißt, er probiert's einfach mal. Äh, 2,7, das heißt, fürs ACOG ist das vielleicht nicht ganz optimal. Man sieht auch direkt, ähm, das Reflexvisier ist direkt viel genauer. Äh! Und da kann er direkt drei Salben mit dem Reflexvisier abgeben. Ready! So, die Jungs da hinten kommen in Wallung. Äh, aber das hilft ihnen momentan noch nicht viel. Jetzt ist halt die Frage, wenn der hier irgendeine, irgendeine Waffe hat, wie ein Raketenwerfer oder sowas, dann schießt er hier einmal rein und die Jungs sind alle tot im Grunde genommen. Äh, das möchte ich gerne vermeiden. Ähm, was ich nicht vermeiden möchte, ist, dass Eis hier in diese Richtung Sperrfeuer abgeht. Denn, äh, hier sind halt relativ starke Feinde am Start. Ähm, Diesen hier kann ich leider nicht bekämpfen, der sitzt irgendwie so halb hinterm Stein. Aber ich denke mal, wenn ich hier in diese Richtung irgendwie ein bisschen Sperrfeuer abgebe, kann ich vielleicht Riesen hier sogar schon töten. Ja. Und den anderen, äh, ich dachte, ich dachte, ich hätte ihn vielleicht ein bisschen stärker unterdrücken können, aber das ist nun leider nicht der Fall. Und ich werde mal hier mit dem KSVK, äh, wenn ich hier über Kimme und Korn ziele, und mit dem, kann eventuell sogar mit dem, ähm, mit dem Achtfachscope den treffen. Ich probiere das einfach mal. Nee, hat natürlich nicht geklappt, das war ja ganz klar. Und, äh, das Ding verbraucht so viel AP, äh, dass ich nicht mal mehr in der, in der gleichen Runde noch pumpen kann. Das ist schon ziemlich heftig. Und der sitzt einfach, der sitzt viel zu heftig hier hinterm, hinterm Stein. Ähm, ich muss den dringend ausschalten jetzt hier in dieser Runde. Ansonsten ist der viel zu gefährlich für mich. Komm, die muss treffen. Die trifft natürlich überhaupt nicht. Und Links hat auch nicht genug AP, um das Teil hier noch abzufeuern. Ähm, ja, ich muss mich hier verteilen. Auch wenn das heißt, dass ich hier jetzt rumstehe, aber viele Feinde sind hier ja gerade auch nicht am Start, die mich hier besonders gut, ähm, treffen könnten. Danni wird den, äh, wird den auch nicht treffen. Da sitzt er auch hinterm Stein, denke ich mal. Äh, das heißt, ich bewege mich. Äh, vielleicht kann ich mit, äh, mit Danny nochmal versuchen, dem auch noch eine Granate irgendwie zu geben. Oh, super. Das heißt, selbst wenn der hier einen Raketenwerfer am Start gehabt hätte, ähm, dann hat ihm das jetzt nicht mehr. Das ist jetzt nicht sonderlich viel genützt. So, Raider habe ich hier noch. Ähm, mit dem komme ich hier nicht weg, weil der eingebaut ist. Da kann vielleicht Grizzly mal einen Schritt zur Seite gehen. Dann kann sich Raider auch wieder bewegen. Nur was der jetzt sonderlich gut machen kann, das wüsste ich nicht jetzt. Ähm, der wird gleich einfach mal Position beziehen. Äh, und wird dann anfangen, seine Spotterrolle vielleicht ein bisschen auszufüllen. Ähm, ich werde mich mal mit dem hierhin begeben. Dann sitzt er auch noch so ein bisschen halb hinterm Baum. Ähm, Grizzly kann sogar... Er kann sich Raider hier hinlegen. Oh ja, das Feld dahinter ist frei. Ich dachte, da wäre eventuell Grizzly drin. Ist er aber nicht. Und dann fängt Raider mal an, die Spotterrolle zu besetzen. Und ansonsten ist hier eigentlich relativ... Ja, gut, ähm... Gut nichts los. Ähm, mit dem Milkor komme ich nicht weit genug, um da irgendwas anzurichten. Da spare ich mir die AP auf Henning lieber doch auf. Hier. Ähm, Elroy ist noch getarnt. Das ist also... Also auch alles super. Er kommt ran. Und hat nicht mehr genug AP übrig, um zu feuern. Das ist natürlich super für mich jetzt hier. Ich habe eine seriöse Situation hier. Visual Kontakt. Ich kann nur hoffen, dass keiner von den Feinden jetzt einen Mörser hat, die hier gerade rankommen, denn... Dann macht er mich einfach platt. Bummer. So, und von da hinten kommen sie auch. Ich weiß nicht, wie es momentan von Norden... Ah ja, da habe ich es gesagt. So, komm, du willst doch auch... Du willst doch auch da hinlaufen, ne? Ne, leider nicht. So, und eine Stungranate habe ich... Reicht leider nicht bis da hinten hin. Das ist schade. Dann reicht auch nicht bis dahin. Na, dann bringt die mir momentan nicht viel. Max kann leider halt nicht wirklich was anfangen hier. Und wenn ich hier hingehe, dann werde ich mich nicht mehr hinlegen können, weil dahinter halt ein Baum ist. Oh, oh, das ist nicht gut. Hm, dann muss ich hier hin. Oh, dann kann ich die Jungs hier sogar sehen. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, ich werde mal auf... Ja, auf den hier habe ich, glaube ich, eine höhere Treffsicherheit. Aber das reicht lange nicht, weil ich mich bewegt habe in dieser Runde. Daher leider nicht genug, ähm... Nicht genug... AP mehr übrig hatte, um wirklich zu zielen. So, wie sieht es hier aus? Ein bisschen Unterdrückungsfeuer könnte man eigentlich leisten. Ich würde sagen, knall ruhig ordentlich rein hier mit dem Teil. Die Famaß ist ja eine recht schnelle Waffe, das heißt hier einmal ordentlich durchgezogen. Oh, schade. Ich hatte mir ein bisschen mehr Unterdrückungswirkungen erhofft. Aber andererseits, wirklich was anderes konnte sie halt auch nicht machen. Ähm, Dimitri ist noch nicht wirklich hier postiert, so wie ich das gerne hätte. Nein, der kann sich mal hierhin bewegen. Und jetzt weiß ich nicht, ob der hier... Inwieweit der hier hinterm Stein sitzt. Oh ja, der kann tatsächlich relativ weit gucken. Ja, ja! Habe ich hier Mad Dog noch. Den brauche ich eigentlich noch, um hier ein bisschen Rückendeckung zu geben und in die entsprechende Richtung ein bisschen abzusichern. Was ich aber auch machen kann, ist mit Henning ein kleines bisschen vorpreschen. Wie viel AP brauche ich, um mit dem Teil zu schießen? 60. Ja, das heißt, wenn ich 40 AP ausgebe, dann kann ich in dieser Runde immer noch schießen. Ähm, der ist noch stark reich. Oh, kann ich hierhin schießen? Das wäre ideal. Oh, schade. Hat natürlich genau nicht getroffen, die Granate. Ähm, das wäre ideal. Da hätte ich hier zwei richtig starke und richtig nahe Feinde. Ähm, hätte ich direkt außer Gefecht setzen können. Also komplett aus dem Kampf rausnehmen können. Für die nächsten paar Runden. Kein Problem. Elroy prescht ein bisschen nach vorne, dann kriegt der ein bisschen Überblick hier über das Schlachtfeld. Ähm, momentan ist er ja noch nicht enttarnt. Ähm, Raven liegt hier momentan noch. Die muss erstmal pumpen. Da hat sie schon 21 AP ausgegeben. Äh, 62 AP, um auf den zu schießen. Da waren aber die Punkte fürs Drehen schon mit eingerechnet. Also das Ding hat auch ganz gut Unterdrückungswirkung, habe ich so das Gefühl. Äh, kann Eis auf den hier schießen? Ja, und auf den hier auch. Ich werde erstmal gucken, ob ich den hier nicht mit einem etwas anderen Söldner kämpfen kann. Was habe ich? Oh, hier habe ich eine HE drin. Ähm, ja komm, gib ihm. Ne, den habe ich ja jetzt schon verletzt. Äh, ich weiß nicht. Ich warte noch, bis sie sich ein bisschen mehr sammeln vielleicht. Dann glaube ich, ist die HE ein bisschen besser aufgehoben. Standing by. Ähm, Raider in der Spotterrolle, ich glaube, das ist zu riskant momentan. Genau, das ist zu riskant. Da probiere ich lieber, diesen hier vorher noch auszuschalten. Ähm, wie sieht es aus mit der, ja, zwischen ACOG und dem Vierfachscrope, bis von der Zielsicherheit her, äh, kein wirklicher Unterschied auf die Distanz. Aber das, äh, Scope hier ist natürlich, ähm, kostet mich natürlich weniger AP. Ja. Ja. Ah. Banged it! Äh, so, damit wäre der schon mal raus. Ich bin bereit. Dann habe ich hier noch Ears, der eventuell mal auch sich noch ein bisschen weiter dafür sorgen sollte, dass sich das Squad hier ein bisschen weiter verteilt. So, dann kann er hier ja hinter dem Baumstumpf wieder, äh, wieder in Deckung gehen. Dann habe ich hier noch Wolf und der sollte vielleicht dafür sorgen, so, wie sieht es mit dem ACOG aus? Bin ich auch nicht wesentlich genauer. Äh, kann ich noch einen Einzelschuss reinhauen? Ne, leider nicht. Äh, dann habe ich hier jetzt noch Links als nächstes. Der ist gerade hier am Laufen. Ähm, da ich von hier im Moment relativ sicher bin, die müssen ja erstmal rankommen hier an die Steine, ehe die auf mich schießen können. Ähm, werde ich mit Links hier mich hinbewegen. Dann habe ich hier quasi den Korridor. Ähm, und dann kann ich auf den Feind hier schießen. Ja, das hatte ich mir erhofft, dass ich ihm da durch den Rest drehen kann. Äh, dann habe ich hier Ice, der am besten wahrscheinlich seine AP in ordentliche Unterdrückung investiert und eventuell sogar den Feind hier töten kann dadurch. Ja, den getötet, den zumindest für 5 Punkten und unterdrückt. Ähm, ich habe mir überlegt, eventuell zwei kürzere Salven zu schießen, um den und den zu töten, aber das ist mir, ähm, also manchmal, weil die Waffe halt nicht so schnell ist, manchmal, wenn er den Abzug dann nicht voll durchdrückt, dann kann es eventuell passieren, ähm, dass der nur zwei, drei Kugeln raushaut. So, du probierst nochmal den hier vielleicht zu treffen. Ja, leider nicht getroffen. Ähm, der sollte sich dann demnächst auch in die Hocke bewegen. Rissley hat noch AP, ansonsten hat keiner mehr wirklich AP, doch, äh, Maddox hat noch AP, aber den brauche ich hier halt leider für die Deckung. Ähm, ich kann aber durch Ira relativ sicher sein. Genau, hier ist nämlich keiner. Hier ist nämlich keiner. Das heißt also, ähm, ich komme hier durchaus noch weiter ran. So hatte ich mir das vorgestellt. Dann kann er nämlich in der nächsten Runde anfangen, hier den Gegner von der Flanke zu bekämpfen. Dann kann Ira rankommen und kann in diese Richtung hier Deckung geben. Ähm, wie gesagt, Rissley habe ich noch, habe ich mir aber aufgehoben, um... Ja, hier könnte ich eigentlich auch gut eine HE mal reinknallen, ne? Ich mache das einfach mal. Ich habe ja noch genug HE in meinem Rucksack drin. Ja, die sind beide direkt abgefackelt. Direkt abgefackelt, so. Da kommt also direkt die nächste HE auch in den Lauf rein. Oder ins Rohr, wie man, glaube ich, zu sagen pflegt. Ähm, sind zwei weniger. Da habe ich, glaube ich, ganz gut investiert, die HE. So, er hat eine MP irgendwie in irgendeiner Form. Das ist gut für mich. Das hilft ihm nämlich nicht besonders viel weiter. So, und hier passiert momentan nicht viel. Da kommt auch schon das nächste Schwarzhemd momentan, leider für mich nicht sichtbar. Äh, nicht sichtbar ist immer schlecht. Mehr Opposition! So, äh, das nächste Rothhemd kommt auch direkt. Da kommt... Da ist eine kleine Versammlung. Visual Kontakt. Stand in by. Da ist eine kleine Versammlung. Ich glaube, da ist die letzte HE-Granate, die ich noch habe. Ich glaube, die ist da ganz gut investiert, wenn ich die hier einfach mal reinknalle. Dann kann ich die hier irgendwie zwischen... Ja, genau, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt habe ich mir dummerweise nicht genau gemerkt und kann es auch nicht so gut sehen, wo genau da die Feinde sind. Aber ich glaube, das ist... Oh. Ähm... Ach, da ist der Baum davor. Ja, einen Schritt kann ich mich ja relativ problemlos bewegen hier. Oder ich schieße einfach mal direkt auf den. Oh, der hat sogar der Stein gesprengt. Das wusste ich gar nicht, dass das überhaupt geht. Das ist ja nett. Ja, das ist durchaus nett. Dann nade ich als nächstes mal eine Rauchgranate rein. Dann weiß ich ja nie, wann sie mal brauchen. Dann werde ich gleich das M16 in die Hand nehmen. Ready? Äh, mache ich mit Raven weiter. Einmal pumpen und der ist auf 4,7. Der ist auf 5,6. Äh, der ist 7,0. Aber der hat ja schon ordentlich Atemschaden gekriegt. Das heißt, dieser hier ist momentan, glaube ich, für mich die größte Gefahr. Und am besten zu treffen. Der ist auch noch eine recht große Gefahr. Ähm... Wie sieht es denn hier aus? Oh, der ist nicht hinter Deckung. Das ist ganz schlecht für ihn. Das war ein Glücksklaufer direkt ins Köpfchen. Das war ein Glücksklaufer, direkt ins Köpfchen. Yo! Direkt ins Köpfchen. Dann habe ich noch den hier. Und ich weiß nicht, ob hier nicht noch irgendwo sich einer versteckt. Ähm, das heißt, ich würde lieber auf Ice die AP-Aufwarnung eventuell direkt, ähm, schön jemanden, der da irgendwo rauskommt, direkt geben zu können. So, wie sieht es hier aus? Das ist das... Ja, das Acock ist hier besser. Äh, dann habe ich hier noch Wolf, der weiterhin Deckung hier in Richtung Norden am besten gibt. Äh, ich würde gerne meine Leute hier noch ein bisschen weiter verteilen. Das heißt, der kann ruhig noch ein bisschen weiter nach Norden gehen. Und kann dann seine Waffe wieder anlegen. Dann habe ich hier den Bereich relativ gut abgedeckt. Ähm, wie gesagt, Ice und Wolf behalten sich den Rest jetzt auf. Äh, links gibt auch noch Deckung da in Richtung Norden. Äh, und dann habe ich hier noch Danny, der vielleicht mal versuchen kann, den hier doch noch zu machen. Trifft aber leider nicht. Ähm, ich sollte mir nächstes Mal genug AP aufbewahren, um zumindest dann wieder runtergehen zu können. Mit Max habe ich noch gar nicht geschossen. 8,4, 8,7, das nimmt sich alles, glaube ich, nichts. Bingo! So, den habe ich geräumt. Oder geklärt, nennt sich das, glaube ich. Ähm, ich nehme mal mir Ira her und werde mit Ira hier eben, wie ich das eben schon angedeutet habe, gleich die Deckung in Richtung Osten übernehmen. Ähm, dafür muss ich jetzt eine Runde noch ausharren und hoffen, dass hier eine Runde lang niemand kommt. Aber dafür habe ich jetzt Madog hier, der in diese Richtung, denke ich mal, gut Unterdrückungsfeuer leisten kann. Oh, richtig stark. Richtig stark, der hat ihn direkt gemacht. Der sollte auf gutem Weg sein zu Level 4. Oh ja, das sieht gut aus. Ähm, Henning habe ich hier noch, der hat, was hat er denn? Eine Tränengasgranate im Lauf. Ähm, ja. Brauche ich die? Eigentlich nicht. Der kann direkt mal wieder die Scar in die Hand nehmen. Und, ähm, es ist Zeit, glaube ich, hier mal ein bisschen näher ranzukommen und hinter dem Baum dann wieder schön in Deckung zu gehen. Äh, Dimitri habe ich hier sitzen, den brauche ich im Moment noch ein bisschen für meine Rückendeckung und in der nächsten Runde, ähm, ich mache hier also Bound Movement. Und in der nächsten Runde zieht Dimitri nach vorne und die Leute, die jetzt momentan stehen, geben Deckung. So, man wird mich da vermutlich versuchen, aus Norden zu flankieren. Ja, genau, da bin ich ja schon dran. So, hier ist genau das passiert, was ich mir erhofft habe. Der Feind hier... Ich hoffe auf ein bisschen Unterdrückungswirkung noch für den Feind, der dahinter sitzt. Deswegen habe ich hier einmal voll durchgezogen. Hat sich aber leider nicht erfüllt, meine Hoffnung. So, der versucht auch gleich, mich über Norden zu flankieren, aber das kann ich ja glücklicherweise alles sehen. So, der hier ist total auf Tilt, der kann nix machen. Ähm, erstmal, weil er am Anfang die Stungranate ja getroffen hat und zweitens, äh, habe ich ihn ja dann schön weiter unterdrückt. So, Dimitri wird seine AP nicht mehr verwenden können, diese Runde. Das heißt also, bis auf 20 kann ich die ruhig alle raushauen. Äh, und dafür gebe ich einfach mal ein bisschen Unterdrückungsfeuer auf den Kollegen hier. Ja, das war nicht besonders erfolgreich. Aber das war ja auch nicht zu erwarten. Ähm, die Flanke hier von Norden, die werde ich mit links vermutlich einmal bekämpfen können. Ja, beide Schüsse daneben, ganz großer Sport. Ähm, und Wolf sieht den leider nicht, da muss der wohl aufs ACOG wechseln. Dann sieht er ihn aber. Und dann gibt er auch Gutschaden. Äh, dann habe ich jetzt Danny noch. Ich probiere es einfach weiterhin. Und dann habe ich jetzt diesmal genug mir aufbewahrt. Ach, ich hätte auch die ganze Zeit außer Aucke schießen können. Das habe ich nicht gewusst. Das ist natürlich blöd jetzt. Ähm, wie geht es hier weiter? Der ist noch gut dabei, der hier ist noch gut dabei. Äh, der wäre damit weg. Und dann kann ich mit Mad Dog anfangen, den hier zu bekämpfen. Äh, wie weit lohnt sich da überhaupt? Da habe ich gerade gar nicht geguckt, wie weit sich da überhaupt das Ziel lohnt. Nämlich nicht besonders weit. So, Aira sitzt momentan hier. Dann sollte die ja, was ich eben schon gesagt habe, die kann noch ein bisschen weiter hier rangehen und dann gibt die ein bisschen Deckung in die Richtung. Ja. Also Richtung Osten. Dann habe ich hier Henning. Ja, der ist kritisch. Der ist noch, oh, der ist noch gut dabei, aber den kann ich mit Henning nicht bekämpfen. Ja, ich werde mal versuchen, dem hier vielleicht endlich mal den Garaus zu machen. Ähm, ich mache mal vielleicht sogar eine Salve draus. Ach ne, das geht ja, ja doch. Mache ich dreimal vollautomatisch und dann ist der endlich mal hin. Das heißt also, ich kann meine anderen Leute jetzt hier verwenden. So, ich wollte hier das M16 wieder in die Hand nehmen auf Grizzly. Äh, kann Grizzly denn in diese Richtung irgendwas bekämpfen? Sieht nicht danach aus, aber er kann vielleicht ein bisschen unterdrücken. Eine Salve zumindest, das muss erstmal reichen. Ähm, hier ist schon jeder eigentlich ganz gut verwundet. Und jeder das, was er verdient. Ich werde mal Eis zu Rate ziehen, um zu sehen, wie das hier weitergeht. Wieso Nummer 1. Der zweite nur ein bisschen unterdrückt, schade, aber da konnte ich halt auch einfach nicht mehr genug zielen. Und, ähm, hier ist halt, bewahre ich mir für Überraschungen, die eventuell hier noch auftreten könnten. Äh, auf Radar nehme ich mal das ACOG, dann sollte der auch diesen Feind hier sehen können. Irgendwie nicht. Ich weiß nicht genau warum. Aber treffend tut er trotzdem. So, das war's. Dann habe ich noch Raven und hier einen verwundeten Feind. Das ist ein... Paar, was ich, äh, getroffen habe, quasi. Und das war's dann auch schon von meiner Seite. Elroy habe ich noch, der kann mal ein bisschen vorlaufen. Der hat ja... Er hat ja keine große Gefahr eigentlich. So lange nicht wieder irgendwie jemand sich direkt neben ihn stellt. Der versucht auch mich zu flankieren. Der tritt den heftigsten Rückzug seiner Zeit an. Ist aber auch irgendwie ein bisschen verständlich. So, hier kriege ich nämlich die Unterbrechung, die ich mir auf Ears erwartet habe. Das heißt, dass ich genau diese Unterbrechung kriege, das konnte ich natürlich nicht erahnen. Aber, dass ich irgendeine kriege, das habe ich gehofft. So, man versucht auch nichts von Osten zu flankieren. Das ist aber genauso wenig erfolgreich, wie die andere Flanke. Ähm, der hier ist auf 10-facher Vergrößerung. Den kann ich also ruhig mit meinem Scharfschützen von da hinten bekämpfen. Ähm, ähm, Aira könnte am besten wahrscheinlich den hier bekämpfen. Ja, den sieht sie auch. Äh, am besten eine Salve rein. Hat sie noch genug für eine? Nee, leider nicht. Aber der ist schon recht mitgenommen. Äh, das heißt also... Na, warum kann ich den denn nicht mehr sehen? Ich weiß es nicht, aber ich schieße einfach mal trotzdem weiter auf ihn. Da ist er zumindest ein bisschen runterdrückt. Und in der nächsten Runde kann ich ihn dann, denke ich mal, mit meinem Scharfschützen machen. Henning brauche ich dafür nicht unbedingt. Ähm, er arbeitet. Ja, die Flanke von Norden da, die ist mir so ein kleiner Dorn im Auge. So, da habe ich ihn zumindest einmal getroffen. Das zweite Mal ging daneben, ist aber nicht ganz so schlimm. Äh, der ist kritisch, der hier noch nicht. Das heißt, ich bekämpfe lieber erstmal den hier. Was habe ich hier? So, da habe ich ihn schon mal zweimal getroffen. Dann habe ich hier noch, äh, Danny. Ich probiere einfach mal mit Danny den hier zu bekämpfen. Oh, das sieht gut aus. Da ist er schon kritisch. Äh, dann habe ich hier noch Grizzly sitzen und hier hinten zwei Feinde, die er sieht. Das trifft sich doch eigentlich ganz gut. So, leider nur einmal getroffen. Und I.S. kann sich nochmal an dem hier probieren. Oh, das war der Tropfen, der das Fass hier zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich noch Eis. Ähm, leider nur eine Salva. Ansonsten habe ich nicht mehr genug Appel. Äh, Raider habe ich hier noch. Der probiert sich auch nochmal an dem. Und dann habe ich noch Raven. Und er gibt ihm den Rest. So, und dann muss ich mal gucken, wie viel ich hier noch habe. Unter 20, unter 10 Feinde definitiv. Und das ist doch schon mal ganz ordentlich. So, da hinten ist noch einer kritisch. Ready? Ähm, und Raven muss nachladen. Oh, das kostet nur 28 AP hier auf der Waffe. Das ist gar nicht so viel. Ähm, da könnte man fast sagen, da kriege ich die, ähm, die Mehrkosten wieder raus. Ready? Durch das Ganze. Also dadurch, dass das Repetieren und die, ähm, das Schießen teurer ist. Also ich glaube, auf die Distanz kann ich schon fast wieder... Ne, kann ich leider nicht. Da muss ich wohl doch das ACOG nehmen. Da habe ich durch Blindfeuer einmal getroffen. Ähm, Danny sieht immer noch den hier. Und gibt ihm auch noch den Rest. Oh, da sieht das schon richtig gut aus hier. Ja, richtig gut geklärt. Maddox sieht noch den hier hinten. Einmal getroffen. Ich glaube, Ira kann ihm jetzt den Rest geben. Oh, ja, das sieht gut aus. Ähm, dann sollte Ira vielleicht auch mal nachladen. Die hat nämlich nur noch genug AP für eine einzige Salve. Ready? Äh, Raven hat, glaube ich, die Waffe schon wieder angelegt. Also hier oben war noch irgendwo einer. Ich warte einfach mal, bis der noch aus dem Gebüsch kommt. Ready? Genau, jetzt sehe ich ihn auch. Dann kann ich ihn mit Wolf weiter bekämpfen. Getroffen habe ich ihn zwar nicht, aber ich habe ja links auch noch immer hier. Zweimal, dann hätte ich den schon mal gemacht. Und ich habe noch vier Feinde im... Oh, das ist richtig gut gelaufen. Ready? Ich meine einmal nachladen, aber ich hatte stellenweise ein bisschen Glück, aber ich glaube, ich habe auch gar nicht so schlecht gekämpft hier. So, Aaroy beginnt den Slalom, um die restlichen Feinde hier noch aufzuspüren. Muss ja nicht unbedingt anfangen zu laufen, der kann ja auch ganz langsam... Oh, einer von den ganzen Feinden, der ist sogar schon am Bluten. Gut. Das ist ganz praktisch hier mit diesem Spion, selbst wenn ich mit ihm noch sicherlich viel effizienter kämpfen könnte. Das habt ihr mir ja mehrmals schon gesagt. Aber allein die Möglichkeit hier, diese ganzen Feinde auszukundschaften, ohne mich wirklich in Gefahr zu begeben... ...seine natürlich Aaroy wird gefunden. Die ist schon richtig Gold wert. So, hier nehme ich... Ich nehme einfach mal Raven. 10-4. Was ist das? Und bevor ich auf Raven flankiert werde, nehme ich auf Rayda direkt nochmal das Fernglas in die Hand. Und werde sie ein bisschen unterstützen hier. Also von da nähert sich momentan keiner. Was ich noch machen kann, ist, ich nehme mir noch Danny her. Und der sichert dann diese Flanke hier noch. Kann ruhig seine Waffe ja auch anlegen. Und Wolf ist ja immer auch ein ganz dankbarer Kandidat, wenn es um Flankensicherung geht. Der wird sich dann hierhin begeben. Ach, Rayda sieht jetzt den da hinten. Also Wolf wird noch fertig kurz postiert. Und dann werde ich Rayda ein bisschen nach hier ziehen. Ah, da sind mehrere Feinde sogar. Die haben es sich da relativ muckelig gemacht und sich schön zurückgezogen. Hilft ihnen sicherlich nicht mehr so arg viel, wenn ich hier gleich mit Raven und dem KSVK ankomme. Dahin legen kann ich mir jetzt diese Runde nicht mehr. Oder sind drei Feinde. Ich glaube, das sind die letzten, oder? Oder vier habe ich, glaube ich, sogar noch. Aber so, leg an das Teil. Oh, das ist leider noch nicht nah genug dran. Aber egal, der Strotter ist ja eh noch nicht aktiviert. Also, ich glaube, der Strotter ist ja eh noch nicht aktiviert. So. Eventuell kann ich hier sogar relativ gut treffen, obwohl das Blindfeuer ist. Oh ja. Ah, da unten ist also auch noch einer. Ich habe schon mal gepumpt und dann gucke ich mal, wann der nächste hier kommt. Da ganz hinten, ja, das bringt mir ja nichts. Da kann ich ihn leider nicht vernünftig bekämpfen. Ah, da bleibt der zumindest schon mal in meinem Sichtbereich hängen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass mit dem KSVK auch Schüsse auf dem Körper One-Shot sind. Äh, aber das ist leider nicht der Fall. Und damit lohnt es sich für mich eigentlich kaum, das Teil wirklich einzusetzen. Oh, ich habe doch gerade nachgeladen, aber... Ah, der ist immer noch angelegt. Okay. Das, äh, kann ich akzeptieren. So, wie geht's hier weiter? Aira würde ich auch noch mal ganz gerne einsetzen hier irgendwie. Ähm, ein paar, habe ich eben gesehen, sind da so ein bisschen in Richtung Norden gelaufen. Ah ja, da kommt ja schon der nächste Kandidat. Das meinte ich zum Beispiel. Das würde ich mir öfter wünschen. So, einmal pumpen und dann ist nur noch ein einziger Feind. Einer ist inzwischen schon geflohen. Hier. Gut. Kein Problem. Ich will diesen Schafschützen, bevor ich spiel. Und eh, dass ich hier wieder mit Elroy irgendwelche Probleme bekomme, dann werde ich doch lieber meinen Scharfschützen da hinziehen. So, mal gucken, ob ich den von hier aus sehen kann. Ne, leider nicht. Da hinten sitzt er. Ready? Okay. Eventuell hier irgendwie. Oh, da ist er sogar ein bisschen weiter weg patrouilliert. Ähm, ich werde mich nochmal hier in diese Richtung drehen. Jetzt aber. Ah ja, jetzt sehe ich. 186 Kopfschuss und das war's. Dieser Sektor gehört uns. Alles klar. Äh, keine Verluste. Ich glaube nicht, nicht mal getroffen worden. Ich glaube, das ist eine ganz gute Bilanz eigentlich hier. Äh, ich werde mal die Rucksäcke, in der Rucksäcke habe ich ja nicht, die ich wieder aufnehmen könnte, aber die ganzen Waffen einfach mal, äh, hier entmunitionieren. Ein paar 40 Millimeter Granaten habe ich, die ich dann nachher wieder aufnehmen kann. Ein paar Scars. Äh, das Gepard M2. Und ansonsten, naja, wie immer. Wie immer kann ich einfach nur sagen. Ähm, das Teil sieht ja auch noch ganz interessant aus. Aber ich meine, ich habe mir das ja alles schon mal angeguckt, diese ganzen Jungs. Und war nicht sonderlich amused davon. Ähm, eventuell könnte ich tatsächlich mir die Dinger nochmal angucken und könnte halt sagen, naja, ähm, Mündungsfeuerdämpfer ist dann am Ende doch nicht so wichtig. Der hier sieht übrigens so aus, als hätte der ein, also eine Mündungsbremse zumindest drauf oder ein Mündungsfeuerdämpfer. Bin mir nicht ganz sicher, was von beidem. Ähm, ich weiß nicht, ob es Mündungsbremsen überhaupt gibt hier im Spiel. Aber ich könnte ja erstmal mich daran machen, ähm, den Minenvorarbeiter anzusprechen, um hier Einkommen zu generieren aus der Mine. Denn das war ja die ganze Zeit eigentlich das Ziel. So, auf das Türchen. Ein bisschen TNT liegt hier rum. Ich mache mal die Schränke vielleicht noch auf. Achso, das wäre, ähm, das wäre, glaube ich, Clown. Aber ich kann ja gleich, ähm, Wolf nochmal hinschicken. Der kann die Dinger ja zumindest mal aufbrechen. Und Raider kann den Minenvorarbeiter ansprechen. Careful, you don't watch where you go and you're liable to get hurt. And I don't want that happening on my watch. I'm the guy in charge of the mine. And it's damn good to meet you. Me and some of the guys are willing to keep on working. Turn the day's take, uh, less the usual expenses, directly over to you. Matter of fact, I'll see who I can rustle up and get right on it. Had four men call in sick the other day, worries me that something might be going around. Hope you're feeling okay. Okay, also der ist recht kurz angebunden, aber wir kriegen Minen-Einkommen. So, mach auf das Teil. Rot und zwei Springs. Oh, das ist doch ganz nett. 5,56 Millimeter-Magazine. Davon haben wir nun wirklich mehr als genug. Ich habe, glaube ich, in Cambria, ich weiß es gar nicht mehr genau, über 4000 Schuss davon. Also das ist nun wirklich nicht rar. Das ist wirklich nicht rar. So, ich stelle mal ganz kurz auf 5 Minuten und dann pausiere ich wieder. Und dann gehe ich nämlich hier in den unteren Sektor und gucke mir mal die Mine an und nehme hier das ganze Silber mit. Was hier unten sich ja immer mal wieder findet. So, Wolf habe ich hier. Ist hier irgendwas in den Kisten vielleicht drin? Oh, Gott, ich liebe es. Oh, Gott, ich liebe es. So, mach auf. Oh, Gott, ich liebe es. Oh, Gott, ich liebe es. Oh, Gott, ich liebe es. Und die Minenarbeiter freuen sich, dass ich hier inzwischen die Stadt eingenommen habe. Okay. Schicken wir mich nach oben, aber ich will natürlich mein Silber. Mein persönliches Silber. Nicht das Silber, was hier abgebaut wird, sondern mein ganz persönliches Silber. Das möchte ich hier natürlich mitnehmen. Oh, ach nee, Gold ist das. Got it. Okay. So, also das übliche, die übliche Runde hier durch die Minen. Einfach einmal alles mitnehmen. Got it. So, hier noch Gold. Hier noch Gold. Na, komm. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Naschkel-Minen aus Baldur's Gate, wenn ich hier in diesen in diesen ganzen Minen rumlaufe und irgendwie das ganze Gold einsammle. Nur da waren es Goblins und kein Gold. So, das hätte ich. Weiter geht's also. Immer schön hier zu diesen Goldbergen hin. Na, hier komme ich, glaube ich, nicht weiter. Nee, das ist eine Sackgasse. Hier nehme ich noch schnell das Gold mit. Zack, da habe ich insgesamt schon 4.000 Dollar. Kann ich hier vielleicht lang? Oh ja, tatsächlich. Dann gehe ich mal in den nächsten Sektor und merke mir, dass ich in dem Gebiet da noch nicht alles eingesammelt habe. So, und ich kann natürlich Nachtsichtgerät aufsetzen hier unten. Dann kann ich ein bisschen weiter gucken. So, kann ich hier vielleicht noch irgendwas mitnehmen? Nö, das sieht nicht danach aus. Aber hier ist noch eine Kiste oder zwei. Kann ich, wenn auch schon nichts Nützliches drin ist, kann ich zumindest mein Technik-Skill dadurch verbessern. Ach nee, die war sogar gar nicht abgeschlossen. So, steck ein. Oh nee, da habe ich daneben gegriffen. So, jetzt habe ich das Gold. Und das Gold habe ich auch. So, hier liegen noch mal zwei Gold. Und der Kommentar ist mal wieder absolut einfallsreich hier dazu. Aber was soll man dazu groß erzählen? Was ist das? Ich habe es. 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 Was ist das? Ich habe es. So, dann nehme ich mal einen Schluck hier aus der Nuckelflasche, damit ich nicht in Ohnmacht falle. Okay. Und ich glaube, das war dann alles. Dann nehme ich noch die drei Gold hier mit. Ich habe es. So, und dann kann ich mich wieder aus dem Sektor hier verpieseln. Und da oben musste ich ja noch ein, zwei Berge abklappern. Und dann bin ich hier unten durch erst mal. Und kann mich darauf konzentrieren. Ja, was mache ich denn hier nach eigentlich? Ich denke mal, ich könnte eine Runde kurz Waffen reparieren und dann nehme ich den Rest von Grum ein. Denn ich hätte ganz gerne hier möglichst viele Leute, also die beiden Squats, die hier momentan sowieso schon drin sind, die hätte ich ganz gerne hier natürlich in Grum, während ich die Stadt einnehme, damit ich den Gegenangriff besser zurückschlagen kann. Dann können wir nämlich den Gegenangriff wieder so in etwas, so in etwas größeren Kampf machen. Und müssen nicht warten, dass sich die Feinde irgendwie erst die Mine wieder einnehmen und sich dann so in diese 20er-Patrouillen aufspalten. Sondern können direkt den ganz großen Kampf gegen den vollen Gegenangriff gegen wie viele auch immer da wieder kommen. Weil so um die 100 Stück werden es ja wahrscheinlich wieder sein. Ähm, kann ich den Kampf wieder führen. Das ist, glaube ich, ein bisschen interessanter als diese kleinere Kämpfe die ganze Zeit. So, und jetzt hätte ich ganz gerne hier noch die Rot- und Spring-Sachen, denn daraus... Achso, die sind scheinbar, sind die geklaut, wenn ich die mitnehme. Ja, dann lasse ich es doch. Und gehe hier aus dem Sektor erstmal wieder raus. Und dann zahle ich mal das Gold auf mein Konto ein. Insgesamt... Oh, 10.000 insgesamt. Das ist ein guter, kleiner Boost auf unser Einkommen. Und dann gucke ich mal, wie viel wir jetzt machen. Äh, 16.000 am Tag. das ist... Wie viel aus Grum? Ähm, Moment. Hier, irgendwo geht das doch. Äh, 4.000 aus Grum. Was halt daran liegt, dass ich noch nicht ganz Grum eingenommen habe. Aber es ist schon mal ein Anfang. Es ist schon mal ein Anfang. Insgesamt kann ich 11.200 aus Grum rausholen. Und ich weiß ja, weil Cambria inzwischen schon eingegangen ist, die Mine, ähm, dass sich das auch nicht mehr verschlechtert. Was sehr gut ist. Ähm, ich würde sagen, in der nächsten Folge mache ich hier erstmal die Patrouille im Süden platt und mache vielleicht noch den Jungen platt, der hier nach Norden geflohen ist, damit ich hier erstmal klarschiff habe. Und fange an, hier noch ein paar Milizen auszubilden. Und dann werde ich langsam anfangen, den Rest von Grum zu befreien. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein und bis bald.